So viel zum Toasten und bei der Sache sein. Konzentration hat das nicht so, ne? Ne, nicht wirklich. Doch, manchmal? Sagt es schon manchmal, ja? Äh... Dö. Kann mein Kopf da reinstecken? Das sagtest du schon. Ja, direkt einen Zwilling schon von gemacht, natürlich, klar. Eventuell könntest du jetzt auch mal dann so langsam... Speichern! Richtig! Eieieieiei! Da kann ich fast Gedanken lesen. Ach, das kann er dann. Aber nur wenn du jetzt mal gerade mal so parkst, hm? Was denkst du, warum ich es gesorgt hab? Puss. Ich geparkt. Kann ich weiterhaken. Bist du mittlerweile an der Basis angekommen? Schon lange, ich tue schon lange umlogern. Oh, das dauert ja immer weiter. Ja, meine Güte. Nein, 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 nein. Das dauert ja immer bei dir. Warum soll es so schnell gehen? Ich bin zumindest nicht so verpeilt. Naja, verpeilt würde ich das jetzt nicht nennen. Äh, was an? Gut organisiert. Ja, okay, gut. Das, äh, den Spruch merk ich mir. Ich bin sehr gut organisiert. Mhm. Mhm. Auch wenn man es mir manchmal nicht anmerkt. Manchmal? Manchmal. 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 Äh. In 100 von 99 Fällen? Das ist eine statistische, das ist eine statistisch unlösbare Aufgabe. Außerdem, du weißt doch, ich glaube nur jeder Statistik, die du selber gefälscht hast, hm? Mhm. Übrigens. Ja. Ich hab gerade noch mal zu nebenbei nachgeguckt. Steht in deiner App übrigens drin, was ein Querzel tragen kann? Äh, solange es den Halfwerten überschreitet, kann es eigentlich fast alles tragen. Nein. Und dann? Ein Querzel kann kein Rex tragen. Oh. Schön. Und wie kriegen wir den jetzt hier runter? Äh, Sattel, runterreiten, Raft. Mhm. Äh, muss ja auch gleich einer erstmal das Raft holen, hm? Ja, ich hab ja gesagt, ich würde... Ich komm mit Mücke wieder online. Nein, komm mit Mücke. Tust du eh. Tust du eh. Tust du eh. Nein. Ach ja? Aber ganz Nord, du hörst auf mich. Ich will bloß sehen, wie du versuchst. Weil wir alle sehen. Heiß ich auf Quetzchen. Hm. Ich schlieg erstmal schnell noch zum goldenen Trop hier. Wenn, wenn da nicht zu gefährlich rund rum ist. Ich... Kohle. Ich kann hier Kohle abbauen. Und dann? Mhm. Kohle brauchen wir für... Nee, die brauchen wir nicht für Cementingpaste. Aber für... Schießpulver. Okay, Oil. Das war ein Stripe-Pullet. Sniper-Pullet. Das ist schön. Mhm. Oh, die Pullet... Ja, ja. Sniper-Pullet. Stimulantien. Okay. Okay. So. So. So langsam wäre es gut, wenn du zurückkommst. Ach. So, du bist schon hier heiß. Äh. Mh. 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 Wo wir zu trinken können. Deswegen sag ich so. Es wird wirklich warm. So. Kürzester Weg. Wo ist Insel? Da ist Insel. Dort unten ist Wasser übrigens, ne? Ne Wasserplitze. Cool. Kann man da landen? Musst du es sehen, aber ich habe nichts gesehen, was da... was dagegen sprach. Und wo konnte man Kohle abbauen? Mit den Bäumen. Ach so, okay. Mit was hat sie abgebaut, die Kohle? Äh, ich habe es mit dem Pick gemacht. Pick, okay. Ach, okay, ich dachte es ist mehr. Nein. Was reicht ja? Oh, fuck. So, Kühlschrank. Schön gepoolte Essen. Äh, du solltest vielleicht hier landen. Beim Dino. Um keine Akku irgendwo hinzuziehen. Ähm. So, dann. Guck mal. Überall habe ich jetzt mal Licht angemacht, ne? Wie bitte? Ich habe jetzt mal Licht angemacht. Guck mal. Was? Du stehst auf T-Rex. Schön. Ja. Und? Was habe ich an? Du hast eine Waffe an. Ach siehst du das Licht nicht? Nein. Das sehe ich da nicht. Das sehe ich da nicht. Okay. Ich habe hier... Warte mal an. Doch, so einen leichten Schein siehst du. So. Aber das war's. Also mehr siehst du davon nicht. Okay. Okay. Drop. Drop. Was droppst du? Äh. Holz. Und... Stein. Ein bisschen, weil... Äh. Muss nicht sein. Oh. Ich weiß. Immer noch so viel Holz. Sieht so verführerisch aus durch das Scoop. Genau im Pfadenkreuz. Wo ist er also? Der Nerve ist der Erste der geht. Ich hab... Ich seh... Ich hab dein Auge. Der Nerve ist trotzdem der Erste der geht. Also... Ich will's lassen. Ich seh genau dein Auge. Weil wir wollen uns doch nicht streiten. Ich will mal kurz pissen. Bis gleich. Wollte ich jetzt nicht wissen, aber... Es sind immer wieder... ...viel zu viele Informationen. Ja, er kann einfach sagen, er ist da ganz kurz weg. Mhm. Es sind viel zu viele Informationen. Aber jetzt weißt du, womit ich jeden Tag hier leben muss, hm? Ja. Ist das... ...hart. Äh. Hart ist ja gar keine Ausdruppe. Oh... Mann... Äh... Ja... Und schon wieder? Verarschst du mich hier gerade? Ich würde dich nicht verarschen. Natürlich. Du doch nie! Du doch nie! Oh, der nette Wolf. Mhm. Ja... Ja... Hat sich das denn ein bisschen gelohnt? Ja... 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 Hat sich das denn ein bisschen gelohnt? Ja... 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 noch verdammt saugeil weil es ja generell immer wenn Spiele irgendwie sowas zu HelloWi machen oder so so und wieder da ähm speichern mal gespeichert? wenn du jetzt auf die Idee kommst du abzuschießen wirst du den Tag verfluchen ok hier ist noch ein goldener Job wo landet der wenn er auf der einzelnen Insel landet ne wasser immer diese tolle Taming Wartezeiten waiting time is the hardest time mhm vor allem wenn die Mitspieler einem erzählen von wegen ja ich gehe jetzt mal kurz pinkeln das ist doch schlimmer ja mhm er hat so schöne gold er hat so schöne rote augen der T-Rex warum sollte ich das nicht erzählen? äh was sie denken überhaupt und man kennt ja andere Spiele äh wo halt sowas nicht ist und auf solche Details halt wirklich nicht geachtet wird ok 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 die haben den Drop-Au-Befehl wieder kaputt gemacht was? den Drop-Au-Befehl beim hier mit dem Filter haben sie kaputt gemacht so es ging mal dass du einfach hier mit dem Filter Trash eingibst THR ne mhm so jetzt aber blöderweise sobald du es eingibst und auf Drop-Au-Befehl gehst mhm droppst du alles nein passiert nichts mehr ja gut aber da wird einfach von den Filter nicht mehr fangst ne es gibt schlimmer was Taming läuft Taming läuft Taming läuft Taming läuft Taming läuft ich weiß ich ich weiß mhm so wir müssen uns wie gesagt plus eben immer drauf gefasst machen dass hier irgendwas aufspawnt mhm büsseres oh oh verdammt ich muss mal kurz ins Wasser bis gleich ok hier vorne ist die Püße weiß ja ne ja wenn wenn was wenn nichts drinne ist äh doch ein bisschen ist drin aber halb so wild ja es geht da drum rundrum die wollen die nur ein bisschen ans Leder ob was rundrum ist das da ist gar nichts ähm ähm ja doch ein bisschen ist was böses drinne 3 3 3 Piranhas waren da ähm nein Geierwolf ist hier rum immer aus der Mücke eine Elefanten machen muss wie gestern dafür hast du eine Waffe hallo hm äh ja dann ist noch hier ein T-Rex im Wasser hm Kano ja die schwimmen hier rum ja die schwimmen hier rum dafür hast du eine Waffe äh nö das ist doch ja aber ich hab jetzt keinen Bock die abzuschießen vor allen Dingen schon Dunkelheit äh da fliege ich auf die kleine Insel wo übrigens ein Goldner Drop ist ich bin ja ganz stolz ja da ist ein Goldner Drop ja hm ja hm also wenn ich auf die kleine Insel fliege den goldenen Drop holen mal Wasser auffüllen mhm so ey das sieht gut aus das ähh werden wir mal gucken wie wir den gleich ein bisschen leveln mhm äh, das werde ich schon machen in rechts leveln? äh, ein eine Scooper, ein Common Scooper Tank okay